In diesem Video lösen wir ein Problem mit Tooltips, das der ein oder andere wahrscheinlich schon mal hatte. Häufig kommt das vor, wenn man Zeitbars hat, wo man ein Tooltip hat, Menüs oder andere UI-Elemente. Grundsätzlich habe ich ein Parent mit Overflow hidden, das ist diese rot gestrichene Box. Wenn ich mit der Maus hier rübergehe, sehen wir, mein Tooltip wird zwar angezeigt, aber abgeschnitten. Das ist nicht das, was wir wollen. Unsere Problemlösung dafür ist die JavaScript. Wir werden das Ganze nämlich so aufbauen, dass unser Tooltip zu sehen ist, obwohl der Parent Overflow hidden benutzt. Und wie man das macht und warum es so einfach ist und dieses Problem endgültig löst, das seht ihr in den nächsten Minuten. Also los geht's. So, los geht's mit unserem heutigen Video. Wie immer als erstes mit der Erklärung meines Setups. Hier seht ihr Visual Studio Code mit meiner Standardentwicklungsumgebung. Diese findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort findet ihr auch einen Link zu Discord, falls ihr der Community joinen wollt. Grundsätzlich findet ihr hier an der Seite noch Chrome. Hier unten sehen wir die DevTools von Chrome und mehr brauchen wir nicht. Ich habe nichts vorbereitet und wir legen jetzt mal los und bauen unser Tooltip. Um das Problem, was wir heute lösen wollen, wirklich zu verstehen, sollten wir erstmal das Problem erklären und einmal nachstellen. Wir haben ein Element, unser Parent. Das ist in diesem Fall eine Diffbox, was wiederum ein Schalt-Element hat, in diesem Fall ein Paragraph-Tag. Dieser Paragraph hat, um das besser zu verdeutlichen, eine Klasse, nämlich Tooltip Base. Also dieser Paragraph ist unsere Base, wo wir mit der Maus rübergehen, um unseren Tooltip anzuzeigen. Unser Tooltip in diesem Fall ist zum Beispiel einfach ein Span. Das wiederum ist ein Schalt von unserer Base mit der Klasse Tooltip. Natürlich hat unser Tooltip in diesem Fall auch einen Text, zum Beispiel ein kleiner Tooltip. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, sehen wir hier ein bisschen HTML. Wenn wir das Ganze jetzt stylen wollen, gehen wir dazu in die Style.s CSS und sagen, okay, wir haben unseren Parent. Unser Parent ist in diesem Fall einfach nur eine Klasse, die wir gestalten wollen. In unserem Beispiel sage ich, wir haben einen Außenabstand, einen Innenabstand, eine Linie, die einmal umzugeht. Das ist diese rot gestrichelte Linie und wir schneiden alles ab, was wir sehen. Das kommentieren wir aber erstmal aus. In diesem Fall sehen wir eine wunderbare Box. Wenn wir jetzt unsere Base gestalten wollen, gehen wir hier rein und erstellen uns ebenfalls eine Klasse und sagen, okay, unsere Base hat Position Relative, Margin Padding 0. Außerdem wollen wir einen Pointer erzeugen, weil wir ja mit der Maus darüber gehen können. Wenn wir das abspeichern, passiert hier aber erstmal nichts. Wenn wir jetzt unseren Tooltip gestalten wollen, greifen wir dazu auf unsere Tooltip-Klasse zu und sagen, unser Tooltip wird absolut positioniert mit Left und Bottom. Das heißt, wir ziehen unseren Tooltip ganz nach oben über unseren Parent und positionieren ihn mit 50% nach links. Wenn wir den jetzt zentrieren wollen, sagen wir dazu Transform, Translate minus 50% und damit haben wir unseren Tooltip wunderbar zentriert. Jetzt wollen wir noch ein bisschen Optik machen, was heißt, wir sagen, wir haben einen Innenabstand, eine Schriftgröße, ein Border Radius. Natürlich haben wir auch eine Hintergrundfarbe und eine Schriftfarbe, zum Beispiel meinen Orangeton und einen dunklen Ton als Schriftfarbe. Und wir wollen, dass unser Tooltip nicht umbricht. Das machen wir mit White Space. In dem Moment haben wir hier unseren Tooltip und ich kann jetzt dafür sorgen, dass unser Tooltip einmal nicht klickbar ist mit Pointer Events 0 und nicht sichtbar mit Opacity 0. Wenn wir jetzt unseren Tooltip anzeigen wollen, der jetzt nicht mehr sichtbar ist, können wir hier oben sagen, wir haben unseren Mouse-Over-Effekt und können hier unseren Tooltip einfach wieder einblenden mit Opacity 1. Wenn ich jetzt mit der Maus hier rübergehe, sehen wir wunderbar, unser Tooltip ist zu sehen und wird angezeigt. Wenn ich jetzt aber unser Overflow Hidden wieder einkommentiere und mit der Maus hier rübergehe, sehen wir das eigentliche Problem, er ist abgeschnitten. Das bedeutet, ich habe jetzt zwar einen ziemlich einfachen Tooltip, den ich überall verwenden kann, allerdings wird er abgeschnitten und ich kann ihn nicht mehr sehen. Und es gibt, soweit ich das zumindest weiß, keine Lösung, das mit CSS wirklich gut zu lösen. Falls ihr hier einen Weg habt, den ich nicht kenne, schreibt das gerne in die Kommentare, aber wir gucken uns jetzt mal an, wie wir das Ganze mit JavaScript angehen, um dieses Problem zu lösen. So, dann wollen wir mal gucken, wie wir unser Problem lösen können. Was ist denn unser Plan? Grundsätzlich wollen wir unseren Tooltip, also dieses HTML-Element hier unten, von dem Constrain unseres Parent, also dem Overflow Hidden, lösen. Das bedeutet, wir müssen diese beiden HTML-Elemente voneinander trennen. Das erste, was wir aber brauchen, ist, wir müssen erstmal selektieren, wie viele Tooltips wir auf unserer Seite eigentlich haben. Dafür sage ich eine Variable Tooltips Base gleich und dann sagen wir, okay, wir würden gerne alle Tooltip Base Elemente auf unserer Seite selektieren mit document.queryselectorall und dann selektieren wir einfach Tooltip Base. In dem Moment, wenn wir das getan haben, haben wir jetzt alle unsere Elemente, zum Beispiel hier dieses p-Element, mit der Klasse Tooltip Base selektiert. Was wir jetzt hier drin machen können, ist zu sagen, okay, wir würden jetzt gerne durch jedes dieser Elemente einmal mit einer Schleife durchgehen und zwei wichtige Events darauf legen, nämlich Mouse Enter und Mouse Leave. Also zwei Events, wenn wir mit der Maus hier rüber gehen, wollen wir gerne Mouse Enter selektieren und wenn wir das Element wieder verlassen, wollen wir Mouse Leave selektieren. Wenn ich das Ganze abspeichere, passiert hier drin nicht wirklich viel. Was wir aber machen können, ist, wir können jetzt innerhalb unserer Schleife noch jedes einzelne Tooltip Element selektieren, um das zum Beispiel zu loggen. Wir sagen also jetzt hier drin, console.log. Wir würden gerne hier unser Tooltip loggen und wir würden auch gerne hier unser Tooltip loggen. Wenn ich jetzt auf unsere Konsole gehe und mit der Maus hier reingehe und rausgehe, sehen wir, unser Element wird korrekt selektiert. Wir kennen jetzt also unser Tooltip in jedem Tooltip Base Element, das auf unserer Seite existiert. Was wir jetzt machen wollen, ist, dieses Element aus unserem Parent Constraint zu entfernen. Das machen wir ziemlich einfach, indem wir sagen, okay, innerhalb unseres Mouse Enter Events sagen wir Tooltip Base Remove Child Tooltip. Also wir entfernen einfach unser Child Tooltip aus unserem Parent Element. Das Ganze ist nicht wirklich schwer und wenn wir das jetzt abspeichern und ich mit der Maus hier reingehe, hier sehen wir unser HTML Element, ich gehe hier rein, zack, es ist weg. In dem Moment haben wir unser Element einfach gelöscht und aus unserem Constraint das Parent rausgezogen. Was wir jetzt aber noch brauchen ist, wir wollen dieses Element jetzt an unseren Body dranhängen, um wirklich damit arbeiten zu können. Das geht genauso einfach, wir sagen Body.append Child. Unser Body Element ist allerdings aktuell noch nicht gestaltet. Das machen wir hier oben, indem wir sagen, wir haben eine Variable Body und sagen Document.Body, um uns das Leben ein bisschen einfacher zu machen. In dem Moment, wenn ich jetzt mit der Maus hier rübergehe, sehen wir, unser Element taucht hier auf und zwar als Child unseres Bodies. Das ist jetzt hier unten zu sehen. Wir können also damit arbeiten als Body Element. Grundsätzlich können wir jetzt hingehen und noch ein bisschen was machen und zwar sagen wir, wir würden gerne an unseren Tooltip noch ein Classlist Event dranhängen, nämlich ein Add Event mit der Klasse Active. Wenn ich das jetzt abspeichere und ich hier rübergehe, sehen wir, unser Element hier unten hat jetzt auch noch die Klasse Active bekommen. Das bedeutet, wir haben jetzt ein Element an unseren Body drangehängt. Es ist nicht mehr an die Constraints unseres Parents hier oben gebunden und wird daher nicht mehr abgeschnitten. Was wir jetzt noch machen müssen, ist das Ganze wieder zu revidieren. Also in dem Moment, wenn wir ein Mouse Leave Event triggern, würden wir unser Element gerne aus unserem Body wieder entfernen. Wir würden es zusätzlich gerne wieder unserem eigentlichen Parent Element, nämlich dem Tooltip Base hinzufügen und wir würden natürlich auch gerne unsere Klasse, die wir oben hinzufügen, wieder entfernen. In dem Moment, wenn ich das mache und mit der Maus hier rübergehe, sehen wir, es ist jetzt sichtbar. In dem Moment ist es wieder weg. Wir sehen also, wir haben jetzt einen Tooltip gebaut, der hier funktioniert. Was wir jetzt machen müssen, ist unser Style noch ein bisschen zu überarbeiten, weil grundsätzlich funktioniert das so HTML-technisch schon, allerdings der Style sieht irgendwie falsch aus. Innerhalb unserer Style Tags kopieren wir uns jetzt einfach hier unseren Tooltip raus, löschen hier dieses Mouse Over Event raus und fügen das hier oben ein, weil unser Tooltip wird jetzt gestylt anhand unseres Bodies, also nicht mehr als Child unseres Parent, sondern auf der obersten Ebene. Das nächste, was wir machen wollen, wir sagen Left 0 und hier sagen wir Top 0. Warum das wichtig ist, gucken wir uns gleich mal im Detail an. Transform brauchen wir nicht mehr und was wir hier machen wollen, ist, wir sagen, wenn die Klasse Active vergeben wurde, dann wollen wir gerne Opacity 1 setzen. In dem Moment, wenn ich jetzt hier rübergehe, sehen wir, dass unser Tooltip oben in der Ecke des Browsers zu sehen ist. Also nicht mehr zentriert da, wo wir eigentlich hinwollen, sondern oben in der Ecke, aber er sieht wieder richtig aus und wird korrekt gestylt. Mehr müssen wir in unserem SCSS-Part auch gar nicht machen, weil jetzt müssen wir die ganze Positionierung noch steuern. So, das letzte, was wir jetzt noch machen müssen, ist dafür zu sorgen, dass unser Tooltip oben aus der Ecke wieder genau über unser eigentliches Base Element kommt. Um das zu tun, brauchen wir Zugriff auf zwei wichtige Informationen, nämlich einmal auf die Weite und die Positionspositionierung von unserer Tooltip Base und unserem eigentlichen Tooltip. Dazu nutzen wir die Funktion Get Bounding Client Rectangle. Hier können wir jetzt sagen, wir wollen zum Beispiel von unserer Base Zugriff auf die X- und Y-Position, wie natürlich auch auf die Weite und die Höhe unseres Elementes. Also sagen wir hier XY with Height. Von unserem eigentlichen Tooltip brauchen wir nur die Weite und Höhe und damit wir nicht eine Doppelung in der Benennung unserer Variablen haben, sage ich, unsere Weite unseres Tooltips benenne ich Tooltip with und die Höhe dementsprechend genauso. Wenn ich das jetzt abspeichere, passiert hier erstmal aber noch nichts. Wir können jetzt aber auf diese Informationen zugreifen. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir sagen, okay, wir haben hier unten eine Zuweisung, nämlich wir würden gerne unser Tooltip.style.transform manipulieren. Wir sagen also, hier haben wir einen Template String und innerhalb unseres Template Strings kann ich jetzt sagen, okay, wir greifen hier auf Translate zu. Translate sagen wir einfach auf der Y-Achse 0 Pixel und auf der X-Achse ebenfalls 0 Pixel. Ich speichere das Ganze ab und in dem Moment, wenn ich das so gemacht habe, dann passiert hier nicht wirklich etwas. Wenn ich jetzt mit dem Aus hier rübergehe, sehen wir, dass aber Transform, Translate und unserem Element hinzugefügt wird. Was wir jetzt machen können, ist hier vorzugehen und zu sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Zuweisung auf eine Variable, zum Beispiel auf X und natürlich auf Y unseres eigentlichen Base Elementes. In dem Moment, wenn ich jetzt hier rübergehe, sehen wir, unser Element wird schon wieder in eine ähnliche Richtung positioniert, allerdings stimmt der Offset noch nicht so ganz. Um das Ganze zu verbessern und etwas besser lesbar zu machen, erstellen wir uns jetzt hier zwei Variablen, nämlich die Y-Position und die X-Position. Unsere Y-Position, also die Positionierung von oben zu unserem Element, wollen wir so manipulieren, dass wir die Weite oder die Höhe unseres eigentlichen Tooltips nehmen und die hier einfach abziehen. Außerdem so ein kleines bisschen mehr, damit wir ein bisschen mehr Abstand generieren. Wenn ich jetzt mit der Maus hier rübergehe, sehen wir, die Position der Höhe stimmt schon mal wieder. Was wir jetzt noch machen wollen, ist natürlich den Offset bzw. die Positionierung auf der X-Achse und dafür sagen wir, addieren wir als erstes die Weite unserer Base durch 2. Also die Hälfte der Weite addieren wir auf unsere X-Position drauf. Wenn ich jetzt mit der Maus hier rübergehe, sehen wir, dass die Weite genau in der Mitte ist, also dass die Kante unseres Tooltips genau in der Mitte ist. Um jetzt das Offset unseres eigentlichen Tooltip-Elementes noch zu korrigieren, nehmen wir unsere Tooltip-Weite und ziehen die davon einfach ab, aber natürlich nicht die ganze Weite, sondern auch hier nur die Hälfte, damit wir wieder die Mitte treffen. Und in dem Moment, wenn ich mit der Maus hier rübergehe, haben wir unser Tooltip korrekt positioniert. Es ist überall auf der Seite einsetzbar und unterliegt nicht mehr den Constraints des Parents und ist trotzdem wunderbar zu benutzen. Das Ganze ist ziemlich einfach, funktioniert in jedem Projekt und wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt die mal in die Videokommentare oder was ihr gerne für Tooltips sehen würdet.